Die aktuellen weltpolitischen Ereignisse, die wieder einmal auch dem letzten Computermuckel die Verwundbarkeit der digitalen Infrastruktur vor Augen führen, haben mich dazu bewogen, an meinen Kapiteln zur sicheren Kommunikation weiterzuarbeiten. Im einleitenden Video zur Reihe habe ich bereits erklärt, warum weniger einfach mehr ist. In diesem Video möchte ich nun eine etwas praktikablere Lösung vorstellen, die sicheren Datenaustausch über das Internet ermöglicht. Datenaustausch beinhaltet neben dem Informationsfluss natürlich auch die Steuerung von Maschinen, vom Toaster bis zum Atomkraftwerk. Des Komforts wegen erfolgt die Eingabe der Daten per Computertastatur und nicht mehr per Morse oder Zahlentasten. Die Ausgabe erfolgt über den bereits im vorherigen Video verwendeten Mini-Bildschirm mit einer Auflösung von 320x240 Pixeln, größere Displays gibt's natürlich auch. Ich habe in Sachen Teile einfach genommen, was bei mir so rumliegt, daher ist das Terminal weder elegant noch kompakt, funktioniert aber. Text lässt sich mit diesem System schnell eingeben und bequem ablesen. Wie transferiert man nun aber den eingegebenen Text von einem zum anderen Terminal per Internet? Die Verbindung ins Internet erfolgt meist per LAN, WLAN oder Funkmodems und diese Schnittstellen sind für sehr viele Teilnehmer ausgelegt und müssen daher auch sehr viele Eventualitäten abdecken, die in einem sehr langen Quelltext niedergeschrieben sind. Wer viel Code schreibt, macht unvermeidlich auch irgendwann Denk- oder Tippfehler, regelmäßige Sicherheitsupdates selbst in relativ alten Übertragungsprotokollen belegen das. Wir sind wieder bei der Geschichte, dass man einen Baum mit vergifteten Früchten am einfachsten in einem Wald verstecken kann. Der Microcontroller ist die sichere Passion, in der Bäume nix zu suchen haben, daher wird der Dschungel vor die Burgmauern ausgelagert. Als Lösung wird der zu übertragene Text auf dem Microcontroller verschlüsselt und erst dann per USB an einen internetfähigen Computer weitergeleitet. Auf diesem läuft ein spezielles Programm im Hintergrund, das die verschlüsselte Nachricht in einem vorgegebenen Ordner speichert. Der internetfähige Computer ist in meinem Fall ein Laptop mit Linux Mint als Betriebssystem, wer es kompakter möchte, nimmt einen Raspberry Pi. Um das Zielsystem zu adressieren, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich verwende das E-Mail-System als Transportvehikel. Der verschlüsselte Text wird als Anhang mit der Mail versendet. Ist eine Mail eingetroffen, wird der verschlüsselte Anhang in einem speziellen Ordner gespeichert und damit an den zweiten Microcontroller übertragen. Auch das erledigt das im Hintergrund laufende Mini-Programm. Sobald der Microcontroller die Botschaft entschlüsselt hat, wird diese auf dem kleinen Bildschirm angezeigt. Ich verwende auf dem Arduino Uno eine sehr alte Verschlüsselungsmethode. Die benötigten Zeichen werden in einer Tabelle gelistet und einfach um eine vorgegebene Anzahl Positionen verschoben. Das konnte man schon zu Zeiten eines Mannes, der eine Republik in die Diktatur führte, Julius Caesar. Das Prinzip ist sehr einfach per Software zu implementieren, mittlerweile aber auch kinderleicht zu knacken. Eine Erweiterung des Verfahrens besteht darin, alle Zeichen nicht nur um denselben, festen Wert zu verschieben, sondern ein Schlüssel-Wort zu verwenden, das unterschiedliche Positionsverschiebungen vorgibt. Je länger der Schlüssel, umso kniffliger wird's, den Ursprungstext ohne Kenntnis des Schlüsselworts zu entziffern. Mit entsprechendem Rechenaufwand gelingt aber auch das mittlerweile recht schnell, sofern der Schlüssel deutlich kürzer ist als der gesendete Text. Unmöglich wird das entziffern, wenn der Text kürzer oder zumindest gleich lang wie der gespeicherte Schlüssel ist, daran werden auch Quantencomputer nichts ändern. Voraussetzung ist allerdings, dass der Schlüssel wirklich aus einer zufälligen Verteilung aller zur Verfügung stehenden Zeichen besteht. Zumindest ist das Generieren, Speichern und Kopieren eines sehr großen Schlüssels heutzutage mit einem Mikrocontroller kein Problem mehr. Der hier verwendete Arduino Uno kann in seinem Speicher neben dem Programm noch einen Schlüssel von etwa 10.000 Bytes speichern. Auf eine MicroSD-Karte passen Schlüssel mit einer Länge von mehreren Milliarden Zeichen, ihr könnt also tippen, bis euch die Finger abfallen, ohne dass irgendjemand mit der abgefangenen Botschaft etwas anfangen könnte. Die Kartenleser mit den geheimen Schlüsseln müssen sich selbstverständlich im Innern unserer Burg befinden, also direkt an den Mikrocontroller angeschlossen sein. Lesen können die so verschlüsselten Botschaften nur diejenigen Personen, die über eine Kopie dieses Schlüssels verfügen. Der Schlüsseltausch sollte also nicht über das Internet stattfinden, denn wird dieser abgefangen, könnt ihr eure Nachrichten auch gleich an die Hauswand schreiben. Ein weiterer Vorteil der verschlüsselten Übertragung liegt darin, dass die Nachricht auch nicht verfälscht werden kann. Ab einer Stelle, an der Bytes eingefügt oder entfernt wurden, wird der Text unlesbar, werden Bytes lediglich verändert, so wird die entsprechende Passage zum Datenmüll. Unverschlüsselt gesendete Nachrichten werden von dem Mikrocontroller komplett verworfen, Spam bleibt automatisch außen vor, nur Gruppenmitglieder mit einem passenden Schlüssel können das Terminal anschreiben. Die Verschlüsselung wirkt gleichzeitig wie eine Signatur. Weder die beiden PCs, die mit den Arduinos am Start- und Zielsystem verbunden sind, noch irgendein dazwischenliegender Rechner im Internet kann die Botschaft dekodieren, lediglich Start- und Zieladresse, Zeitpunkt der Übertragung und die Größe der Datei sind bekannt. Völlig wurscht, ob auf irgendeiner dieser Stationen irgendeine Spionagesoftware von KGB, FBI, NCC oder sonst einem neugierigen Erdling die Daten weiterleitet und durchleuchtet, die beiden Mikrocontroller kommunizieren miteinander, ohne dass deren Botschaft von Fremden mitgelesen werden kann. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass beim Generieren und Austauschen des Schlüssels nicht geschludert wird. Ferner musste Arduino so präpariert werden, dass der Code im Programmspeicher nicht überschrieben oder der Schlüssel ausgelesen werden kann. Zu diesen Themen gibt's auf meinen Seiten mehr zu lesen. Ich höre schon die Rumheuler, die jetzt sagen, warum zeigst du den Terroristen, wie die ihre Nachrichten vor KGB, FBI und NCC verheimlichen können? Nun, das in diesem Video verbreitete Wissen ist außerhalb des Computermuggeluniversums ein ganz alter Hut. Gezeigt habe ich also lediglich all den lernwilligen, guten Geistern vor den Bildschirmen, wie sichere Datenkommunikation einfach und kostengünstig aufgebaut werden kann, mit quelloffener, freier Software, ganz ohne ein Abo aus irgendeinem App Store. Wir brauchen in einer digitalisierten Welt einfach mehr Menschen mit einem Grundverständnis für Datenverarbeitung und weniger PowerPoint-Clowns und Excel-Akrobaten. Und ja, wer Basiswissen besitzt, kann den Prozess auch weiter automatisieren, sodass das Versenden und Empfangen der Mails im Hintergrund ohne menschliches Zutun abläuft. Atomkraftwerke zu betreiben, um Blockchains für gesicherten Daten oder Vermögensaustausch am Leben zu erhalten, ist nach meinem Erachten völlig sinnentleert. Wann sind Teile der Menschheit eigentlich in dieser evolutionären Sackgasse abgebogen? Mein Terminal läuft mit einer elektrischen Leistung von nur etwas mehr als 400mW. Und klar, das geht alles auch noch kompakter und energiesparender. Und wer jetzt immer noch sehnsüchtig auf die Einführung der nun wirklich, wirklich sicheren Quantenkommunikation wartet, sollte nochmal zurück zum ersten Video dieser Reihe springen. Für alle anderen gilt, wie immer gibt's die Nachbauanleitung, die Software und weitere Infos auf meinen Seiten. Im Quelltext der Software findet ihr auch einen nicht wirklich geheimen Geheimschlüssel, mit dem ihr mir eine Nachricht auf mein Terminal senden könnt, sobald ihr das Projekt erfolgreich nachgebaut habt. Und wenn ihr zu faul seid, das Ding nachzubauen, findet ihr dort auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr von der Linux-Kommandozeile eine Mail auf das Terminal senden könnt, allerdings mit geringerer Abhörssicherheit. Und wer es gut findet, dass ich derartiges Basiswissen kostenfrei zur Verfügung stelle, kann gerne die Spenden-Schaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben! In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!